Und Action Was ich meine Mir fällt's nur gerade nicht ein Halt unendlich die Geschichte Ich nenne es einfach die unendlichen Gedichte Und ihr tragt echt einen großen Teil dazu bei Ja, aber bitte seht es ein Ich würde gern sprachlos sein Aber kann es nicht, das wäre sinnfrei Ihr wollt ein Beispiel? Okay, ihr kriegt eins Merkt ihr, was ist sinnfrei? Also fang ich erst gar nicht an, sprachlos zu sein Dafür bekommt ihr von uns Lyrischen, Rinderwannen, aber vegetarisch In Form von Buchstaben, Salat, ja Was für ein Reimschema Gebt mir 5 Minuten Zeit Neuer Track, ja, kein Thema Leute denken, ich wär an Alphabet Ich muss nicht lesen können Weil der ganze Scheiß in meinem Klopf steht Das ist kein Lesen, das ist Abfragen Den Termin beim Psychiater Muss ich leider Gottes absagen Ja, das ist echt manchmal total verrückt Zum Beispiel habe ich gedacht Wir wären eigentlich zu dritt Aber nein, deswegen heißen wir ja die zwei Ich bekomm grad Appetit Ich red ja ständig um den heißen Brei Hm, ein Döner wär mir lieber Hater sagen, ich wiederhole die Texte immer wieder Hm, ein Döner wär mir lieber Hater sagen, ich wiederhole die Texte immer wieder Boah, was für ein Schwachsinn Wegen mir könnt ihr euch von Ast zu Ast schwingen Ach wohl Ich denk das war verständlich Denn letztendlich machen wir Musik für unsere Fans Und das unendlich Jetzt sind wir endlich wieder beim Thema Denn das ist für unsere, das ist für unsere Fans Yo, das ist für unsere Fans Die diesen Scheiß mit Singtiv Vor unserer Haustür warten Wenn wir unseren Müll rausblicken Für die Fans, die diesen Shit feiern Tag oder Nacht Für die Fans, die nur drauf warten Bis was Neues aus dem Boxenkrank Für euch verzichte ich sogar auf Schlaf Mein Arzt sagt, ich darf Trotzdem ist bei mir jeder einzelne Tag noch perfekt Ich brauch erstmal den Kev Ich hab Bock auf Rap Schreib nen Text, noch nen Kev Schreib dem Text, dann ein Bex Schreib nen Text, dass ich schon manchmal das Essen vergess Noch ein Bex Hauptsache keine Durststrecken Wo ist mein Blickzeug? Ich hab hier noch paar Wortfetzen Alles wird verwendet Hier wird nix weggeworfen Bin aus der DDR Ich wurde so erzogen Ob alles Sinn macht Ist erstmal so dahingestellt Und wird nicht abgeholt Ich warte auf dem Busbahnhof Kann mich irgendjemand mit? Nehm ich Trempe nach Haus So viele Treppen Schlagt das Zelt wieder auf Direkt vom Haus Bin zu faul, um in den vierten Stock zu laufen Kann mir irgendjemand einen Fahrstuhl kaufen? Was ist das jetzt schon wieder? Wieder abschweifende Lieder Diese Sachen in meinem Kopf Nicht gestört, aber wieder Das soll ein Track für die Fans sein Ihr begonnt nen Einblick in mein Schädel Schaut in meine doofe Welt rein Ich denk das war verständlich Denn letztendlich machen wir Musik für unsere Fans Und das unendlich Jetzt sind wir endlich wieder beim Thema Denn das ist für unsere Das ist für unsere Fans Yo Das ist für unsere Fans Die diesen Scheiß mit singen Die vor unserer Haustür warten Wenn wir unseren Müll rausbringen Für die Fans, die diesen Shit feiern Time oder Nacht Für die Fans, die nur drauf warten Bis was Neues aus dem Boxen krankt Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Der Mann